Badass Bitsch, jetzt kannst du nur mein Dick spielen wollte, den keiner kennt und ja, die Sherlock hinter euch wissen, wie der Account heißt, äh, mit dem spiele ich, also snipe ich eigentlich nur, geh auf Feeds für, äh, Doomsday und so'n Schirt und deswegen als Dankeschön, ich mein, er hat mir 20 Euro geschenkt, wenn man's so will und als Dankeschön, ähm, er hat eigentlich nichts verlangt, er sagt so, ey, hier, kannst du das geschenkt haben, ey, ich hab davon genug, dann hab ich halt gesagt, ey, nee, Digga, das geht nicht, chill mal und dann hab ich gesagt, äh, er kriegt halt als Dankeschön, äh, kriegt er ein Gast-Gameplay, sag ich mal und bevor ihr jetzt hier alle ankommt und mir gleich direkt Nachrichten schreibt, hört bitte weiter, nicht wegschalten, nicht wegschalten, äh, hört mir bitte zu, also mir keine Nachrichten schicken oder keine Gast-Gameplays, ich werde keine annehmen und ja, deshalb genießt das Video, er ist auf jeden Fall korrekt, schaut bei seinem Kanal vorbei, er ist verlinkt und hat den Landbieter-Pan, bis demnächst, Servus. Jo, Servus, Leute, was geht, hier ist der Exekutive-Thema, ja, ich muss mich erstmal richtig fett bei den Destin bedanken, dass ich hier mein Gast-Game-Devo geladen darf, auf jeden Fall richtig krass hier vor über 6.000 Abonnenten zu reden, das sind schon ein paar Welten zwischen sein und meinem Kanal, also ich, wie gesagt, fühle mich richtig geehrt, hier für euch ein Commentary zu machen, und ja, was sieht ihr in den Hintergrund, ihr seht in den Hintergrund eine 73 Sekunden Nuke auf Rundown mit der Farbe, was er spielt, mit einer richtig fetten Beast-Arts hier, also, ja, eigentlich fast only Multicles gemacht, ging auf jeden Fall richtig gut ab, man, ähm, ja, ich will es ein bisschen über mich erzählen, also ich bin der Jan, bin 15 Jahre alt, ähm, mache jetzt ungefähr seit einem halben Jahr YouTube, habe mittlerweile 150 Abonnenten, wo ich auch sehr stolz auf bin, ähm, ja, auf meinem Kanal seht ihr eigentlich wie bei den Destin nur MV2-Gameplays, und, ähm, ja, die sind alle auf der Xbox erspielt, und, ähm, ja, ihr seht bei mir 100 Kill-Gameplays, ähm, schnelle Nukes wie diese hier, Live-Commentaries, Montagen, ich weiß gar nicht, was es noch alles gibt, also alles, was man in MV2 immer spielen kann, gibt es auf meinem Kanal, außer jetzt eine Quad-New oder irgendwas, sowas habe ich noch nicht gepackt, also, ich würde mich freuen, wenn ihr auf meinem Kanal mal vorbeischauen könntet, und, ähm, ja, vielleicht ein Abo da lässt, wenn es euch gefällt, was ich mache, und ja, haut rein, vielleicht bis zum nächsten Mal, ciao!